Vor langer Zeit schlossen sich die Mächte des Lichts zusammen und stürzten den finsteren Tyrannen von seinem Thron. Man nahm ihn gefangen, denn sollte er jemals befreit werden, brächte er nichts als Tod und Verdammnis über alles, was existiert. Ist das Angst, die ich widere? Es ist an der Zeit, diese neue Macht zu nutzen und damit, um sie zu zerstören. Ist das deins? Wo? Sprich? Oh, mein Gott. Das Juwel, der es in Enten hält, kann über mich verfügen. Geh da hinten hin, warte, bis wir morgen wieder da sind, kapiert? Ihr werdet mit ewigem Leid dafür bezahlen. Ja, ja. Mom, Dad, ich möchte, dass wir jemanden kennenlernen. Psycho Goreman, auch genannt PG. Ich werde eurem Blut behalten. Habt keine Angst. Habt Angst. Lass sie sehen. Er wird uns töten. Nur, wenn ich jetzt ihn befehle. Was habt ihr drei heute so getrieben? Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Dieses lächerliche Spiel muss ein Ende haben. Das Gesicht, vor dem sie in ewiger Sklaverei niederknien werden. Tötet ihn! Die Macht des Bösen ist erwacht. Es gibt einen neuen Gott in der Stadt. Sein Name ist Psycho Goreman. Schön, dich kennenzulernen. Es wäre schöner, wenn du tot wärst. Alles klar, bis dann.